moin moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal vielleicht etwas spät aber besser spät als nie auf jeden fall wünschen wir erstmal allen abonnenten hier auf youtube und auch auf instagram und facebook ein gesundes neues jahr das jahr 2018 ist vorüber und in diesem video werden wir euch ein paar eindrücke vermitteln was wir als mk urbexer in diesem jahr erlebt haben ihr werdet auch unter anderem schon eindrücke bekommen von lost places die hier auf dem kanal noch nicht zu sehen sind aber in zukunft noch kommen werden da dürft ihr auf jeden fall gespannt sein drauf ich würde sagen wir legen einfach los leute kommt mit uns und reist mit uns zurück das jahr 2018 viel spaß ja 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.